Hallo Kryptofreunde, da einige von euch mich gefragt haben, wie ihr Bitcoin kaufen könnt, wie ihr Kryptowährungen kaufen könnt, schauen wir uns heute gemeinsam einmal Coinbase an. Ich persönlich nutze verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel Binance, FTX und so weiter und so fort. Wir machen heute aber ein entspanntes Tutorial zu Coinbase, wie die ersten Schritte halt eben aussehen, wie man zum Beispiel die ersten Anteile an Bitcoin kaufen kann. Ich teile so meine Erfahrungen mit, ich konnte es jetzt in den letzten Tagen einmal teilen. Die ersten Schritte sind natürlich einmal, ihr müsst euch bei Coinbase registrieren, einmal anmelden, könnt das Ganze am PC machen, aber auch am Handy. Von der Maske her wird das Ganze sehr, sehr ähnlich sein. Also es gibt quasi fürs Handy eine App und sieht aber in der Maske dann am Ende, wenn ihr geregistriert seid, ziemlich ähnlich aus. Ihr landet dann einmal hier in dieser Maske, könnt ihr quasi einmal auf Kryptowerte draufklicken und als allererstes könnt ihr auch dann einmal die Sprache verändern. Also einfach die favorisierte Sprache dann einmal auswählen, Englisch, Spanisch, Deutsch und von da aus geht es dann eben weiter. Hier seht ihr auch schon direkt bei den Kryptowerten, welche Vermögenswerte ihr habt. Das heißt, ihr seht hier einmal das Gesamtguthaben, wenn ihr welches hier eben habt und ihr seht hier die einzigen Kryptowährungen, wenn ihr welche besitzt. Das Wichtige für euch wird erstmal sein, dann hier quasi einmal Euro auszuwählen, denn ihr braucht ja erstmal Geld hier auf Coinbase, damit ihr überhaupt Kryptowährungen kaufen könnt. Dazu klicken wir einmal hier auf Euro drauf und kommen dann in eine andere Maske. Hier sehen wir auch, dass ich schon das Ganze so ein bisschen getestet habe, dass ich hier ein paar Sachen schon eingezahlt habe. Und um das erste Geld einzuzahlen, müsst ihr dann einmal hier auf Einzahlungen draufklicken, kommt hier in eine andere Maske und dann seht ihr auch, dass ihr hier eine IBAN habt und hier müsst ihr tatsächlich das Geld hinüberweisen. Hier einfach nur darauf achten, dass wenn ihr das überweist, dass das Geld dann von eurem Girokonto stammt und nicht von irgendjemandem Dritten, weil ansonsten kann es da Probleme geben, da Coinbase das Geld dann am Ende nicht annimmt. Das heißt, quasi der Name vom Coinbase-Kontoinhaber und vom Girokonto-Kontoinhaber sollte hier identisch sein. Ihr habt hier noch eine andere Möglichkeit mit Klana, da könnt ihr das Ganze dann auch auswählen, zum Beispiel hier einmal auf 1000 Euro, dann auf Weiter und dann seht ihr auch, wann ungefähr das Geld hier ankommt und wie teuer dann eben die Überweisungsgebühr ist. Wenn ihr das Geld wiederum abheben wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich auch machen. Hier gibt es einen Button Abheben, hier könnt ihr dann einen Betrag eintippen, fortfahren und dann könnt ihr das Ganze natürlich wieder auszahlen. Wenn das Geld bei euch angekommen ist auf der Plattform, dann könnt ihr natürlich damit handeln und Kryptowährungen kaufen. Hierzu habt ihr dann zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder drückt ihr hier einmal auf den Button Handeln oder direkt auf Kaufen und Verkaufen. Wenn ihr hier draufklickt, dann seht ihr, Einzahlung erforderlich, das heißt, ihr müsst erstmal Mittel einzahlen, genau wie ich es vorher euch gezeigt habe. Wenn das Geld drauf ist, könnt ihr natürlich die Kryptowährungen auswählen. Hier könnt ihr das Ganze dann eben wieder verkaufen. Hier könnt ihr zum Beispiel einmal auf Alles klicken oder halt einen Betrag auswählen. Seht dann hier die Bitcoin, seht dann einmal den Preis, den Verkauf, die Coinbase-Gebühr und das, was ihr dann eben wieder bekommen würdet. Das Ganze würde hier in Euro umgeswitcht werden und am Ende müsst ihr es wieder über diesen Abheben-Button dann tatsächlich abheben, damit ihr es wieder dann nutzen könnt. Ansonsten kann man hier auch Kryptowährungen konvertieren, das heißt Bitcoin in Ethereum oder auch in irgendwas anderes. Das könnt ihr euch dann auch aussuchen. Ihr könnt auch zum Beispiel Ethereum in Bitcoin umswitchen, wie auch immer. Also hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Die andere Option, die ihr habt, ist einfach über den Handel-Button zu gehen. Das heißt, ihr könnt auch über den Handel-Button hier einmal in den Kauf switchen. Hier könnt ihr dann auch einmal auf Kaufen draufklicken, könnt euch die Kryptowährungen einmal aussuchen. Hier oben könnt ihr die verschiedenen Token dann, wenn ihr irgendeinen besonderen Token habt, wie zum Beispiel Cardano, dann könnt ihr das Ganze eintippen, könnt hier einmal auf Kaufen draufklicken und könnt das Ganze dann am Ende des Tages dann wieder kaufen. Was vielleicht auch interessant sein kann für den einen oder anderen, wenn ihr jetzt nicht direkt viel Geld investieren wollt, ihr könnt auch einen Sparplan anlegen. Hier gibt es die Möglichkeit, wiederkehrenden Kauf einrichten. Wenn ihr dann Geld hier drauf habt oder wenn ihr eine Kreditkarte hinterlassen habt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, entweder täglich, wöchentlich, zweimal im Monat oder einmal monatlich so einen Sparplan anzulegen, wo dann eben immer wieder Geld reingeht in die bestimmten Kryptowährungen, für die ihr euch interessiert. Was man auch noch machen kann, ist hier einmal in der Spalte Anzeigen gibt es so verschiedene Sternchen. Das heißt, hier kann man zum Beispiel auch Favoriten auswählen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Solana angeklickt. Wenn ihr jetzt ein paar Favoriten habt, wo ihr sagt, okay, das Ganze möchte ich jetzt tatsächlich beobachten, dann klickt ihr einmal das Sternchen an, geht auf Kryptowerte und seht dann hier unten eure Favoriten. Hier ist jetzt zum Beispiel einmal Solana, dann seht ihr den Preis, seht die Entwicklung, Marktkapitalisierung und könnt von hier aus direkt das Ganze kaufen, wenn es für euch interessant ist. Ansonsten, was hier einem natürlich direkt auffällt, ist zum Beispiel bei Sandbox, ist jetzt kein Kaufen-Button. Das ist tatsächlich so, dass nicht jede Kryptowährung bei Coinbase einfach so gekauft werden kann. Wenn wir jetzt hier auf Sandbox draufklicken, dann gelangen wir hier in diese andere Maske und dann sehen wir auch, dass mit Coinbase Wallet kaufen, dass es quasi ein bisschen anders funktioniert. Also hier steht dann auch zum Beispiel, Cent wird von Coinbase nicht unterstützt. Sie können das Produkt über Coinbase Wallet an einer dezentralen Börse kaufen. Also so funktioniert es im Endeffekt. Das heißt, ihr würdet dann hier einmal draufklicken, müsstet hier einmal eine Coinbase Wallet installieren. Bei mir sieht das Ganze dann eben so aus. Ihr bekommt dann quasi hier oben im Browser einmal so eine Wallet und könnt das Ganze dann eben hier darüber machen. Wenn ihr ein Video dazu haben wollt, dann sagt mir gerne Bescheid, aber das würde jetzt tatsächlich den Rahmen von diesem Video sprengen. Ansonsten, abgesehen von dem ganz normalen Kauf, kann man natürlich auch Kryptowährungen senden und empfangen. Das heißt, ihr könnt dann hier einmal auf Senden erhalten draufklicken. Habt hier einmal die Variante, wie ihr das Ganze dann halt eben machen wollt, entweder in Bitcoin oder in Euro, beziehungsweise generell, welche Kryptowährung es sein wird. Könnt ihr euch hier die Kryptowährung auswählen, die ihr versenden wollt. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt. Ihr könnt das Ganze hier auch einmal auf Empfang auswählen. Dann habt ihr hier einmal eine Bitcoin-Adresse. Hier natürlich ganz wichtig, wenn ihr euch selber jetzt Ethereum schickt oder irgendeine andere Kryptowährung, zum Beispiel Algorand, dann solltet ihr auch auf jeden Fall hier diese Adresse auswählen. Denn wenn ihr hier drauf zum Beispiel Bitcoin überweisen wollt, dann sind eure Bitcoin weg. Da ganz wichtig, immer die richtige Adresse auswählen. Das waren tatsächlich schon die wichtigsten Funktionen, die man wissen sollte, damit man überhaupt starten kann. Ansonsten kann man sich hier links tatsächlich auch einmal durchklicken. Vieles wiederholt sich dann halt eben, wenn man zum Beispiel auf Zahlen klickt, dann kommt man in die Maske. Man kann auch zum Beispiel einmal für sie draufklicken. Dann sieht man hier viele verschiedene Informationen, kann die ganze Zeit up to date bleiben. Hier kann man zum Beispiel auch Geld verdienen. Das kann man aber auch hier, wenn man jetzt zum Beispiel links draufklickt, auf Kennenlernen und Verdienen. Hier hat man so verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel 2 Dollar in Stellar zu verdienen. Hier ist es aber derzeit so, dass es derzeit nicht funktioniert, beziehungsweise man ist auf so einer Warteliste, weil das am Anfang wohl sehr, sehr viel genutzt wurde. Im Endeffekt muss man hier so verschiedene Schulungen durchgehen, sich so Videos anschauen und kann dann im Nachhinein halt so ein bisschen kleine Beträge dann eben verdienen. Man sieht das auch, aber Stand heute ist es so, dass man halt wirklich am Ende dann in so eine Warteliste gelangt und das dauert dann erstmal, bevor man dann wirklich was machen kann. Ansonsten hat man hier Benachrichtigungen. Wenn ihr irgendwas auf, ja, einen Favoriten setzt, dann kriegt ihr so immer so einen Preisalarm, wenn sich das irgendwie verändert, sehr, sehr stark vom Preis. Und ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, eure Freunde einzuladen, so einen Link zu benutzen, Affiliate-Link, dann bekommt tatsächlich jeder was vom Kuchen ab. Ich habe jetzt auch unten einen Affiliate-Link in der Beschreibung. Wenn ihr aber Freunde habt, die Coinbase nutzen, dann nutzt ihr den Link von denen. Hauptsache, ihr bekommt halt ein bisschen Geld geschenkt. Die letzte Funktion, die vielleicht für den einen oder anderen noch interessant sein könnte, ist bei den Einstellungen. Das heißt, wenn ihr rechts hier auf euer Bild drauf klickt, dann könnt ihr einmal hier verschiedene Sachen auswählen, was interessant sein kann, sind die Einstellungen. Weil hier bei den Einstellungen könnt ihr natürlich viel machen. Ihr könnt zum Beispiel einmal die Sicherheit bei euch dann anpassen, je nachdem, wie ihr die Autifikation haben wollt, entweder mit so einer App oder halt mit SMS. Das könnt ihr tatsächlich frei entscheiden. Und was natürlich auch interessant sein kann, ist die Zahlungsmethode. Da könnt ihr für euch selber entscheiden, ob ihr vielleicht Zahlungsmethoden noch hinzufügen wollt, ob ihr Zahlungsmethoden entfernen wollt. Aber wenn ihr was hinzufügen wollt, dann könnt ihr hier zum Beispiel draufklicken, dann könnt ihr sehen, ihr könnt zum Beispiel PayPal aussuchen. Das gilt aber wirklich nur für Abbuchungen. Das heißt, wenn ihr Geld jetzt wirklich wieder abheben wollt, ihr könnt hier ein Bankkonto hinzufügen, eine Kreditkarte oder auch zum Beispiel klar eine Sofortüberweisung. Also hier gibt es viele verschiedene Varianten, die ihr dann eben nutzen könnt. Das war schon das kurze Tutorial zu Coinbase. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde Coinbase ganz cool. Also es ist von dem Handling sehr, sehr einfach für mich. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob ihr Erfahrung damit gesammelt habt. Wenn euch das Video geholfen hat und gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. skyde. Also wissen bild 여자 ist.